Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Longbow. Wir wollen mal weitermachen und uns um die beiden abgestützten Ufos kümmern. Aber vorher wollen wir noch ein Item in Auftrag geben. Bau mal bitte noch. Wir hören uns Scope über. Äh, 15 Meld. Ja. Und dann bau auch gleich nochmal einen Scope. Wo zur Hölle ist das denn da? Okay. So, äh, dann wollen wir noch ein bisschen hier weiter cheesen. Okay. Äh, der Rest ist nicht so wichtig. Wir haben einmal das, das ist der, das hier ist der Destroyer, ne? Oder Quatsch, der Fighter, ja. Würde ich sagen, machen wir jetzt mal den. Und da würde ich sagen, stelle ich unser Team zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Hier haben wir unser Team und wir haben zwei Beförderungen. Äh, einmal für Shifty. Du bekommst Sprinter. Sehr schön. Ähm. Und zum anderen, äh, smash, du bekommst, du bist Rapid Fire, ne? Ja, du bekommst Rapid Fire, weil du ein Rapid Fire Quit Assault bist. Okay. Äh. 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 Sonsten haben wir dabei. Commanding Officer ist Cobra, ähm. Schuna ist unser Medic, Lights Out unser SAW Gunner, Longshot unser Precision Sniper, Shifty unser Scout, Tweaker ist unser Engineer mit Capture Equipment, Freaky ist unser Support Engineer, ähm. Ähm, und smash ist unser Assault und auch noch ein, ähm, nur für den Fall, äh, zusätzliches, ähm, Act War Ding. Ähm, und dann würde ich sagen, äh, ja, trage ich noch die Änderungen ein und dann fliegen wir los. Okay, na gut, dann packen wir es. Das ist Big Sky. Wir sind nur nach dem Crash Site. Strike One ist in Position zu engagieren. Okay. Na gut. Da ist das UFO. Okay. Da ist das UFO. Okay. Okay. Hm. Mal checken, was da, da so los ist. Hm. Ja, nehmen wir, nehmen wir mal einen Battlescanner, weil ich würde meinen Sniper gerne hier, hier parken. Okay, sieht gut aus. Mehr oder minder. So, hier ist nicht mehr viel, also grob in die Richtung orientieren. Achso, da hast du schon geworfen, ne. Schon da ist. Ich bin da. Okay, mal gucken, was wir hören. Sektorz, okay. Wir haben gesehen, dass wir Sektorz hören. Gut, also genau genommen haben wir gehört, dass wir Sektorz hören. Kannst du mal... Äh, nicht ganz. Ja, wird ja vermute ich mal zumindest ein Pott hier außenrum tun. Die werden ja nicht alle hier drin sein, äh, im Ufo sein. Komm mal irgendwo hin. Kommst auch nicht allzu weit. Dann geh auch nicht allzu weit. Ah, okay, das ist schon mal eine gute Information. Meld auf dem Dach natürlich. Okay, kriegen wir eh nicht. Otis confirmed. Moving out. De acuerdo. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Und du, nur für den Fall, dass wir hier irgendwas einfangen können. Und du, nur für den Fall. 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 Okay, dann rücken wir eins mal auf. Und du, nur für den Fall. 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 Das ist richtig. Und du, nur für den Fall. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020